Ja, ich finde eigentlich, wenn man das so hernimmt, dann würde es fast, sei es einmal in Anführungsstrichen, Sinn machen, das Mentoring als, wie wir es immer so gerne sagen, als Rahmensetzung zu sehen. Weil jetzt nämlich, wie du es so runtergebrochen hast, wenn wir diesen gesamten Rahmen öffnen von Supervision, Coaching ist in der Mitte und Training, also einfach nur im Engagement-Faktor mit der Person, mit der man arbeitet, dann wäre ja eigentlich es sehr brauchbar oder schön, wenn man als Mentoring das als Rahmen drüber sieht. Weil man eventuell dadurch alles abdecken kann. Und man bietet ja vielleicht eine Leitlinie, kann jetzt sein mit seinem eigenen Leben oder eben mit seinen vielleicht Konzepten, die man dann präsentiert. Aber eigentlich wäre es ja sehr spannend, dass man als Mentor sich, oder ich sage es anders, dass man als Mentee sich entsprechend in diesem gesamten Rahmen selber zurechtfindet. Und dass quasi der Mentor oder die Mentorin dann alles abdeckt. Abdecken kann potenziell, sage ich jetzt mal. Also das ist eigentlich eine ganz spannende Beschreibung, die du gegeben hast mit diesen drei Schritten. Weil ich finde, das würde auch einiges einfacher machen in der Kommunikation des Ganzen. Weil wenn ich sage, ich möchte ein Mentoring-Programm machen, dann würde es eben nicht einschränken auf, naja, ich werde jetzt ein Training anbieten, wo wir konkret an den Punkten arbeiten. Und das wird aber nicht nur eine Supervision sein, wo man eben vielleicht mehr von außen drüber blickt und versucht, dann die Person für eine Reflexion anzuleiten, sozusagen. Sondern, dass man alles anbieten kann, aber von den Mentis ausgehend sich quasi das zu schnappen, was man vielleicht selber braucht. Also ich glaube, das klingt mir jetzt zumindest so als erster Nachdenken ein bisschen verständlicher, auch eben für weiter, um das weiter zu kommunizieren.